Mats Hummels, das ist eine Ansage an dich. Na, Spaß beiseite. Es geht um Kati Hummels. Kati? Kati Hummels? Keine Ahnung. Steckt in großen Schwierigkeiten. Wir gehen rein, meine Freunde. Unico Online ist hier, I don't know, was das für ein crazy Outfit ist, aber wir gehen rein. Das Internet kocht. Wir müssen reden. Hi Leute. Heute sprechen wir mal über Kati Hummels und ihre neue Marke B. Grace. Denn da hat sich super, aber wirklich super viel Drama ergeben. Sie hat da diese Marke mit vermeintlich eigenen Designs. Es gibt Fotos, da sieht man Sticker bei den Produkten, die Handmade. Kati Hummels ist ja die Frau von Mats Hummels, falls du es nicht wirst. Drauf stehen haben und es wird sehr stark suggeriert, es gäbe hier eine Marke von Kati Hummels. Es sitzt auf einem aufgeblasenen Sessel. ... mit Ideen der Marke, mit Produkten der Marke, die dann natürlich auch eigentlich nur bei der Marke erhältlich sein sollten. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Kati Hummels zieht das Ganze mit einer Geschäftspartnerin zusammen auf. Es gibt mittlerweile auch ein Statement von der Marke selbst. Außerdem gibt es noch ein Interview mit Kati Hummels bei Sat.1. Und ja, wir werden das Ganze jetzt mal durchgehen und dann bin ich mal gespannt, was ihr von der ganzen Sache haltet. Weil ich muss sagen, selbst nach den Statements sind meiner Meinung nach immer noch sehr viele Fragen offen. Ich habe es by the way noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es um Vorwürfe derer Art geht. Es scheint auch widersprüchlich zu sein. Bevor wir zu den Statements kommen, kommen wir vielleicht erst einmal zu den Gründen für die Vorwürfe. Denn ich habe gerade einen ziemlichen Crystal Fashion Flashback, ehrlich gesagt. Das Ganze ist hauptsächlich die Arbeit von Verena Dittrich. Ich werde auf jeden Fall sie nochmal unten verlinken. Sie hat da sehr viel zu gepostet und wurde dann auch von Kati Hummels, so wie es klingt, attackiert. Es wurde von einer Influencerin gesprochen. Sie ist ja eigentlich Reporterin. Aber es scheint schon ziemlich deutlich, sie damit gemeint zu sein. Und der Grund dafür sind diese Produkte. Hier hat man einmal diesen Haarreifen-Bubble. 40 Euro. Okay, warte mal ganz kurz. Wir sneaken uns hier rüber, Friends. Euro kostet er bei Begraced. Und dann sieht man diese wirklich mehr als erstaunlich ähnlichen Haarreifen. Okay. Das ist so genau, kann ich es nicht erkennen. Aber das ist halt auch so diese Pastellfarbe. Rosa, blau, gelb. Rosa, blau, gelb. Und dann, ja, oh ja. Das sind genau die gleichen Farben, ne? Und dann noch dieses Grün und dieses Ding. Okay, okay. Okay. Bei AliExpress. Bei AliExpress, ja. Zack, denselben Farbausführungen erhältlich. Hm, spannend. Ähm, für, ja, 30 Euro weniger. Hier ein anderer Kristalloptik-H-Reifen, der auch wiederum 40 Euro bei Begraced kostet. Okay, schöne Farbe. Recht viel gebogen. Der ist innen so hohl, oder? Und innen so eine leicht dunkelgelbe Farbe. Und in dieser und noch mehr Farbausführungen. Scheinbar auf AliExpress zu finden ist. Bei dem? In dieser und noch mehr Farbausführungen. Ach, wo ist das jetzt? Scheinbar auf AliExpress. Geben wir doch den direkten Vergleich. Da. Ich weiß nicht. Der hat hier, der hat hier mehr so Abstände drinnen. Aber der ist da drunter schwarz. Und der hier hat das nicht. Der ist recht eng zusammengestaffelt. Vielleicht ist das einfach nur bei der Farbe pink. I don't know, wie ihr das seht. Aber bei dem, und der ist da auch innen schwarz, glaube ich. Oder der ist generell aus so einem schwarzen Bügel, ist das wahrscheinlich so drüber gezogen worden oder so. Klar, die Form ist gleich, aber das ist halt einfach ein Haarreifen. Oder was auch immer. Deswegen da. Bei dem bin ich nicht so 100% dabei. Aber ich sage, okay, es ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit vorhanden. Was zu finden ist, hier sieht man einen Begraced-Ordring für 20 Euro. Oder ich glaube, das ist eher eine H-Klammer. Dieselbe H-Klammer findet man bei AliExpress für 2,56 Euro. Aber die ist auch wieder hell. Nein, die ist auch wieder dünkler. Aber das ist schon... Aber da sieht das aus, als wären die Kugeln näher aneinander. Als würden die fast aneinander kleben. Und da, ja... Boah, das ist schwierig. 50. Dann sieht man hier Begraced-Ohrringe, die 30 Euro kosten. Und diese gibt es wiederum in derselben als auch anderen Farbausführungen bei AliExpress für 2,37 Euro. Ja, hier hat man einen wunderschön... Ganz ehrlich, bei einem Eisen-Outfit könnte ich mir diesen Anhänger echt gut vorstellen. Von Begraced 50 Euro. AliExpress, ein wirklich erstaunlich ähnliches Produkt für 5 Euro. Ich glaube auch, dass es Edelstahl ist. Und an die Leute, die jetzt denken, ja, die werden vielleicht einfach die ganzen Designs geklaut und kopiert haben. Wenn man sich Bewertungen bei diesen Produkten anschaut, sieht man, dass da Bewertungen zu den Produkten sind, die bereits geschrieben wurden, bevor es Begraced überhaupt gab. Also, ne, die Erklärung ist es schon mal nicht. Das Ganze zeigt sich auch nochmal deutlich hier. Ja, es kommt oder es sollte eine Muschel-Kollektion bei Begraced kommen. Und die Produkte dieser Muschel-Kollektion findet man jetzt schon bei AliExpress. Hier haben wir einen Gucci-Inspid... War das... Ist das von AliExpress? Von AliExpress? Weil das ist halt wirklich genau das. Da kannst du mir auch nichts mehr erzählen. Schau. Da geht so dieser... Dieser Kock geht hier so runter. Da ist dieser Kock. Und dann ist drunter so eine Bucht. Da ist so eine Bucht. Und dann geht so jeder einzelne Ding weiter. Schau, da ist auch... Hier so ein Nippel steht da weg. Da auf der Seite. Das ist eins. Das ist das gleiche Ding. Und hier ist das so abgeflacht. Das ist genau das. Das ist genau das. Coming soon. Also bei dem kannst du mir jetzt nichts mehr sagen. Bei den anderen Sachen war ich vielleicht so okay. Bei dem Haarreifen und so. Aber bei dem... Findet man jetzt schon bei AliExpress. Hier haben... Wann kommt es denn raus? Wie lange dauert denn die Lieferung von AliExpress? Nein, ich will hier nichts unterstellen. Wir einen Gucci-inspirierten Haarreifen... Mit einer Hummel drauf. Für... Etwa 40 Euro bei Begraced. Aber da schaut die Hummel auch kleiner aus. Da ragt die vom oberen Winkel kaum da drüber. Aber hier schaut das... Ja, wobei... Schau mal, hier von der Seite. Hier von der Seite. Nein, das ist eine andere Hummel. Hier von der Seite gehen die Fühler drüber. Aber hier von oben. Oder ist es das nicht? Oder 4,60 Euro bei AliExpress. Beziehungsweise... Naja... Ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch weiter die Sachen durchgehen. Es zeigt sich, denke ich... Und das ist jetzt schon etabliert... Ein deutliches Muster, ne? Hier sieht man einen Screenshot. Da kann man in einen der Haarreifen reinschauen. Gleiches Design auf jeden Fall. Deutlich zu lesen. Und die Frage ist jetzt natürlich, welche Hände das gemacht haben. Auf der Webseite stehen so Sprüche wie... Kreativität, freien Lauf lassen und für euch wundervolle Schmuckstücke anfertigen. Ja, weiß nicht. Also aktuell sieht es sehr stark danach aus, als wäre es einfach eingekauft worden. BeGraced hatte dann ein Statement dazu gepostet und hatte da folgendes gesagt. Unsere Meinung und die von unserem Anwalt würden wir gerne mit euch teilen. Eine Influencerin hetzt derzeit auf Social Media mit falschen Informationen, bewusst irreführenden Screenshots und Kraft ausdrücken gegen unsere Marke. Wie gesagt, ich werde euch einfach das Profil von Verena Dittrich unten verlinken. Sie hat ein Story-Highlight namens BeGraced. Da könnt ihr euch ihre Post, die sie dazu abgelassen hat, selbst anschauen. Und dann meinte BeGraced hier weiter. So zeigt sie zum Beispiel auf Instagram das Foto eines Haarreifes, eines Billiganbieters, das dieser für rund 5 Euro verkauft und für einen vermutlich deutlich niedrigeren Einkaufspreis aus China bezogen hat. Daneben zeigt die Influencerin einen Haarreif von BeGraced, der in unserem Webshop für 40 Euro, also 39,90 Euro, angeboten wird. Sie vermittelt damit gezielt den falschen Eindruck, dass beide Produkte qualitativ identisch sind und von einem und demselben Lieferanten stammen, jedoch BeGraced sein Produkt zu einem vielfach höheren Preis verkauft. Gehen wir es erstmal durch. Die Influencer verschweigt dabei bewusst, dass BeGraced seine Produkte auf der Basis von entsprechenden Qualitätsvorgaben und Kontrollen von anderen, insbesondere ausgewählten Lieferanten, zu höheren Einkaufspreisen bezieht. Bewusst wahrheitswidrig ist auch die Behauptung der Influencerin BeGraced, würde von Lieferanten bezogene Produkte als eigene Ideen ausgeben. Fakt ist, wir bieten sowohl selbstdesignte als auch von Lieferanten bezogene Produkte in unserem Webshop an und zwar in jeweils getrennten Angebotsbereichen. Okay, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, dass das hier steht. Wo steht das überhaupt? Ja, wo auch immer. Ah, hier. Wir bieten selbstdesignte als auch von Lieferanten bezogene Produkte in unserem Webshop an. In getrennten Angebotsbereichen. Das bedeutet, jo, wir machen selber auch Sachen, aber wir kaufen auch fertige Sachen ein und verkaufen sie dann weiter, weil es ja vollkommen legitim ist. Dann ist halt nur die Frage, erstens, was für Lieferanten das sind. Also, I don't know. Ich möchte natürlich, wenn ihr das hier sagen, dass es nicht die gleichen Produkte sind, möchte ich hier unterstreichen, dass ich das auch nicht glaube. Ich bin hier auf jeden Fall auf der Seite von BeGraced gerade und ich glaube ihnen 100 Prozent. Überhauptung, wir würden von Lieferanten bezogene Produkte als eigene Ideen vermarkten und damit unsere Kunden täuschen, ist also schlicht falsch. Besagte Influencerin versucht zur Reichweitensteigerung mit solchen ebenso unfairen wie unsachlichen Methoden der Stimmungsmacher einen Skandal zu konstruieren. Wir sind immer offen für konstruktive Kritik, ihr aber bitte sachlich bleiben und sich an Fakten orientieren sollte. Das mit der Reichweitensteigerung finde ich ja schon eine dreiste Unterstellung, weil sie tatsächlich ihre Instagram-Reichweite nicht nutzt, weil sie damit kein Geld verdient. Sie ist bei einem der größten Portale in Deutschland angestellt und verdient halt damit. Es gab eben außerdem Ausschnitte bei Sat.1. Ich habe das tatsächlich in dem Moment gar nicht mitbekommen, aber Vreda Dittrich hatte das Ganze aufgenommen und in ihrer Story gepostet und zeige ich euch da mal ein paar Ausschnitte. Ich kenne diese Seite gar nicht, würde ich mal zu stellen. Also, Vreda Instagram. Ja, es ist wirklich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil sie natürlich ganz klar sagt, hey, die Designs stammen von uns, also von mir und meiner Geschäftspartnerinnen, aber wir produzieren in Asien und haben nicht so den Überblick über die Lieferkunden. Es ist sehr spannend, dass jetzt hier irgendwie behauptet wurde, die Produkte würden aus Asien stammen, denn was zuvor kommuniziert wurde, das sieht man hier in einem Screenshot, den Vreda Dittrich geteilt hatte. Begraced im Chat bei einer Nachfrage, warum denn dieselben Produkte oder zumindest erstaunlich ähnliche Produkte auf AliExpress für sehr viel weniger Geld zu finden sind. Und da meinte Begraced, Liebe, so und so, vielen Dank für deine Nachricht. Leider kann man keine Designs schützen lassen, nur unsere Marke. Es hat keinen Sinn gemacht, weil die Produkte waren schon verfügbar, bevor es diese Marke gab. Aber okay, wir stehen zu 100 Prozent hinter unserem Schätzen und das, was wir tagtäglich mit viel Liebe tun. Da meinte die Person, wo wird euer Schmuck denn hergestellt? Auf der Webseite finde ich nichts, was ja auch interessant dafür ist. Wenn man so auf Qualität achtet, würde man doch auch ein bisschen transparenter sein, oder? Und da war die Antwort, Liebe, so und so, wir produzieren in zertifizierten Produktionsstätten in der EU. Falls ihr das nicht zusagen solltet, ist das völlig in Ordnung. Ja, falls du lieber aus Asien was kaufen willst, dann ist das völlig in Ordnung. Hey, falls du nicht auf qualitativ hochwertige Sachen stehst, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ganz ehrlich, wenn du auch auf ein bisschen, ja, wenn du einfach auf nicht qualifizierte Produkte stehst, dann ist das auch völlig in Ordnung. Nein, finde ich absolut in Ordnung, dass man das hier raushaut. Vielleicht hat sich da ja auch mittlerweile was geändert. Es ist die Frage, von wann das ist. Hier steht vor fünf Tagen, aber das Screenshot kann natürlich auch älter sein. Kann auch sein tatsächlich, ja, dass China jetzt Teil von der EU ist. Ich habe es noch nicht kontrolliert, ehrlich gesagt. Nein, aber das ist natürlich, es wirkt, es wirft Fragen auf, warum sie, warum das hier so unterschiedlich kommuniziert wird. Bisschen passiv-aggressiv und nicht nur ein bisschen, sondern sehr widersprüchlich. Denn warum wird hier von zertifizierten Produktionsstätten in der EU gesprochen, wenn dann an anderer Stelle kommuniziert wird, es wäre Asien? Wie passt das zusammen? Kann mir das mal jemand erklären? Ich glaube nicht. Was genauso wenig Sinn macht mit der ganzen Mist, ist aber auch einfach die Sache, dass hier gesagt wird, leider kann man keine Designs schützen lassen. Das ist einfach nicht wahr. Also das ist literally einfach nicht die Wahrheit. Natürlich kann man Designs schützen lassen. Ja, ich bin mir sicher, dass es schwierig ist. Ah, warte, jetzt habe ich das da hinten hingestellt. Ich bin mir sicher, dass es mehr als nur schwierig ist. Angenommen, du designst jetzt so einen Haarreifen oder sonst was und der ist, dann auf einmal findest du den auf AliExpress. So, oder auf Temu oder wo auch immer. Dann find mal heraus, wer dafür verantwortlich ist und verklag mal jemanden auf der anderen Seite der Erde. Weißt du, was ich meine? Wegen sowas. Das ist wahrscheinlich irgendein Dude, der sitzt in irgendeiner Hütte irgendwo in was weiß ich wo und hat da drei Angestellte sich eingemietet, dass die den ganzen Tag für den das produzieren unter Mindestlohn, den es dort wahrscheinlich gar nicht gibt. Und jetzt, ja. Kaiser bringt jetzt eine Haarreifenkollektion raus. Das hätte ich ehrlich gesagt vorgehabt. Das ist hier sowieso nicht relevant, weil diese Designs waren anderswo bereits zeitlich vor euch verfügbar. Also das passt ja alles hinten und vorne nicht. Ich weiß nicht, was man hier jetzt noch großartig irgendwie untersuchen und klären will, weil jetzt heute ging nochmal diese Story online. Wir nehmen eure Meinung ernst und bedanken uns für die konstruktive Kritik. Derzeit überprüfen wir unsere Lieferanten auf Verlässlichkeit und Transparenz, weshalb wir unsere Muschel-Edition etwas vertagen wollen. Qualität und Kundenzufriedenheit haben oberste Priorität für uns. Was will man denn prüfen? Das macht alles hier wirklich von vorne bis hinten keinen Sinn. Also egal, was jetzt genau hier hinter den Kulissen los ist. Okay, also ganz kurz. Nach der Aussage würde es jetzt im Prinzip heißen, okay, sie beziehen von externen Lieferanten diese Muschel-Kollektion, die eins zu eins optisch für mich als Laien die gleiche ist, wie die auf AliExpress. Das könnte aber auch bedeuten, yo, die von AliExpress hat eine andere Qualität, weil zum Beispiel es einen Muschelabdruck gibt, in dem halt dann in einer Produktionsphase, weiß nicht, Edelstahl oder eben Gold oder Silber gegossen wird und in der anderen wird halt irgend so ein Billigmaterial verwendet. Und dann kannst du sagen, yo, ich kontrolliere jetzt meinen Lieferanten, ob der das alles richtig macht und ich fahre hier vor Ort und dies, das, anderes. Aber natürlich, natürlich musst du davon ausgehen, dass wenn du optisch eins zu eins das gleiche Produkt hast, wie etwas, was auf AliExpress ist. Und das ist bei einigen Produkten jetzt der Fall gewesen, dass man sagen könnte, ja, okay, die haben sehr starke Ähnlichkeiten, aber ich meine, bei der Muschel, 822, bei der Muschel, das ist faktisch, das sieht ident aus. Es wäre halt für mich dann auch noch die Frage, es stand da ja überall, das ist Edelstahl. Ich sage euch eine Sache, das auf AliExpress ist kein Edelstahl. Das hast du, das trägst du und du schwitzt und dann wird sich diese Schicht lösen und das wird so leicht grünlich, beziehungsweise es wird deine Haut verfärben. Jetzt ist halt die Frage, wie das bei Big Race ist, beziehungsweise ob die das dann auch als Edelstahl hier verkaufen. Weil wenn die das als Edelstahl verkaufen, und es ist kein Edelstahl, sondern etwas von AliExpress, dann ist im Endeffekt nicht der Lieferant schuld. Also klar ist dann der Lieferant schuld, wenn der ihnen das so verkauft. Aber dann müssen sie halt dafür haften, dass es kein Edelstahl ist. Ich kann es mir denken. Es wäre ja auch mal wichtig, dass man da nachbestellt und prüft. Wer weiß. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass der Fisch stinkt. Tja, jetzt frage ich mich, was denkt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich werde gleich darunter kommen. Ganz gerne auch schon, ob ihr das auch wirklich getan habt. Würdet ihr bei Big Race einkaufen? Oder meint ihr, nee, wenn ich mir 30 Euro pro Produkt sparen kann, dann warte ich lieber zwei Wochen und beziehe das Ganze aus Asien. Lasst es mich gerne wissen. Ja, das wäre jetzt wirklich gut, wenn man hier einen direkten Vergleich dazu hätte. Einfach, dass jemand so ein Video hochredet. Yo, hier, wie ist das? Und wie ist das? Aber bis dahin, bis das geklärt wird, bin ich natürlich 100% auf der Seite von Big Race. Und ich möchte hier auf gar keinen Fall, nur weil ich Angst habe, dass Kathy Humis mich jetzt irgendwie anzeigt oder so. Na komm, die Reaction war eigentlich eh sehr neutral, kann man eigentlich sagen. Kathy, falls du es siehst, es tut mir leid, dass ich das hier in Frage gestellt habe. Aber das muss man natürlich als objektiver Meinungsblogger hier machen. Aber wenn du wen anzeigen willst, dann mach es bei Unico. Und ich möchte hier in Frage,